Willkommen beim Podcast der GFA e.V. Ich bin Max, die Stimme dieses Podcasts. Gut zu wissen. Hallo, was hörst du? Ein Podcast der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V.? Kannst du mir sagen, wer die Gesellschaft für Arbeitsmethodik ist? Ein gemeinnütziger Verein. Gehe doch auf die Seiten der GFA e.V. Dort findest du mehr, zum Beispiel gfa-forum.de, gfa-history, gfa-verlag.com, gfa-medien.de, gfa-impulse2021.de. Sie ist nun 65 Jahre alt. Die Gesellschaft der Arbeitsmethodik ist eine sehr gute Adresse für Start-ups, Arbeitnehmer und Manager. Sie unterstützt ihre Mitglieder durch tolle Veranstaltungen, Seminare, Gruppenabenden, Bücher, E-Books und Podcasts. Diese sind in der Regel für Mitglieder kostenlos. Im nächsten Jahr ein besonderes Highlight im Kurhaus Baden-Baden. Mitglied werden lohnt sich.